Hallo und willkommen bei diesem neuen Video. Heute mal weniger Review als Erklärungsvideo oder wie ihr es nennen mögt. Der Hersteller Arctic, von der Marke habe ich mir übrigens schon meinen Notebook-Kühler, den ich mal gereviewt habe, und meinen CPU-Kühler besorgt, der hat mich mal angefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal deren PST-Technik zu erklären. Und jetzt ratet mal, was ich hier mitmache. Die Kollegen bei Arctic haben mir dazu vier F12 PWM PST-Lüfter sowie den Freezer A30 zugeschickt, um das hier darzustellen. Nun zu PST selbst. Das heißt ausgeschrieben PWM Sharing Technology und ist im Grunde dazu gedacht, mehrere Lüfter, auch inklusive CPU-Lüfter, hintereinander zu schalten, um die Geräuschkulisse des PCs zu minimieren, wenn die Last gering ist, und die Lüfter gleichmäßig gemäß der Heatsentwicklung der CPU zu regeln, also alle Lüfter gleichzeitig hochregeln, wenn es warm wird. So im Grunde. Das funktioniert dann zum Beispiel so. An einen 4-Pin PWM-Port des Mainboards wird der erste Lüfter gesteckt. Dieser hat seinerseits noch eine durchgeschleifte Buchse, woran der nächste Lüfter gestöpselt wird. Daran dann der dritte und ein vierter ebenso. Letztendlich kommt an fünfter Position der CPU-Lüfter dran. Das geht natürlich auch mit einem fünften Gehäuse-Lüfter oder anderen Kombinationen mit weniger Lüftern. Mehr als fünf Lüfter in einer Reihe werden von Arctic allerdings nicht empfohlen, da nicht jedes Mainboard dieselbe Spannung an den PWM-Anschlüssen anliegen hat. Zum Hinweis, die 4-Pin-Ports sind immer PWM-Ports. Und ja, nur für die Leute, die das noch nicht wussten. Und ja, dementsprechend können bei mehr als fünf Lüftern an so einem Anschluss zu wenig Spannung anliegen und die Lüfter könnten gar nicht erst anlaufen. Im UEFI oder BIOS stellt man nun im Falle von AS-Walk, so ein Mainboard habe ich nun mal, deswegen kann ich es euch an dem Beispiel einmal kurz zeigen. Es sollte bei anderen Herstellern allerdings ähnlich sein. Dort stellt man nun einen niedrigen Target-Speed ein. Gerade niedrig genug, damit die Lüfter anlaufen können. Das muss man ein wenig ausprobieren, damit die Lüfter auch genug Spannung bekommen, um gemeinsam zu starten. Ist vor allem dann wichtig, wenn der CPU-Lüfter hinten dran hängt. Bei meinem 79 Extreme 4 habe ich Target-Speed 1 eingestellt und es läuft wunderbar. Das Mainboard lässt die Lüfter nun bei geringer Hitzeentwicklung langsam laufen. Steigt nun die CPU-Temperatur an, regelt das Mainboard die Spannung, also den Speed des CPU-Lüfters hoch. Da hier allerdings nun unser Lüftergebilde angeschlossen ist, fahren alle Lüfter simultan ihre Geschwindigkeit hoch, was für eine insgesamt effektive Wärmeabfuhr sorgen soll. Anders als wenn alle Lüfter mit eigenen, möglicherweise festen Geschwindigkeiten konfiguriert werden, stellt euch vor, zwei hintere Lüfter wären manuell auf 20% geregelt, aber die vorderen und der CPU-Lüfter drehen plötzlich auf. So kann die Wärme natürlich nicht mehr effizient abgeführt werden, was durch PST nicht passiert. Während all dieser Aktionen wird dabei lediglich die Geschwindigkeit des ersten Lüfters der Reihe ausgelesen. Da in diesem Beispiel alle Lüfter gleich groß sind, ist die Geschwindigkeit aller Lüfter stets gleich, da sich ja auch die Spannung aufteilt. Wenn man dazwischen irgendwo auch einen 14cm Lüfter hätte, würde dieser sich entsprechend langsamer drehen. Dies war einmal anders gelöst. In der bisherigen Revision, ich habe hier die Revision 2, hatte jeder Lüfter noch einen eigenen, separaten PWM-Stecker, sodass über einzelne Lüfteranschlüsse des Mainboards die Geschwindigkeiten jedes einzelnen Lüfters ausgelesen werden konnten. Das macht bei gleich großen Lüfter natürlich wenig Sinn, gerade weil auch sowieso nur über einen Anschluss gesteuert werden kann. Also die wurden bisher ausgelesen, aber es wurde natürlich trotzdem nur über den einen Anschluss Strom verteilt. Ich schätze, dass man sich daher davon abgewandt hat und die restlichen Lüfteranschlüsse frei lässt. Mit dieser neuen Revision 2. Sollte man 14cm Lüfter einbauen wollen, würde ich dann dazu raten, dafür eine eigene Reihe an einem anderen PWM-Steckplatz aufzumachen, um deren Speeds richtig auslesen zu können. Ich habe bei meinem Deep Silence 3 ja bislang drei Nanoxia-Lüfter schon drin gehabt, die ich für diese Demonstration ausgebaut habe. Danach kamen die vier Arctic-Lüfter sowie der Freezer A30 rein und wurden angeschlossen. Den Lautstärkenunterschied zwischen Leerlauf und Last führe ich an der Stelle mal in einem kleinen Video vor. Ich hoffe, dass euch da so der Vergleich ein bisschen näher kommt. Ja, unabhängig davon, ob ihr jetzt wirklich einen großen oder kleinen Unterschied gehört habt, war ich dennoch überrascht, dass der eine CPU-Lüfteranschluss, an den ich das Ganze angeschlossen hatte, so viel Power liefert, alle Lüfter nahezu ans Maximum zu bringen. Das muss natürlich nicht immer so sein. Kommt aufs Mainboard an, wenn das eine weniger Spannung an dem Port liefert, dann laufen natürlich auch die Lüfter ein bisschen langsamer. Und trotz aller Erklärungen möchte ich noch ein Fazit hinten dran hängen. Die PST-Technik macht meiner Meinung nach vor allem dann Sinn, wenn man ein leises System mit vollständig lastabhängiger Lüftersteuerung betreiben will. Natürlich geht das auch manuell, aber so ist es eben auch geräuschoptimiert. Ein Risiko für Semi-Power-User, sag ich mal, die nicht gerade eine separate Lüftersteuerung verwenden, gar nützlicher Vorteil ergibt sich daraus, dass an einem Mainboard-Lüfteranschluss bis zu 5 Lüfter angeschlossen werden können. Daher hat man noch ordentlich Raum für viele weitere Lüfter. Diese müssen dann aber natürlich von Arctic sein, der letzte der Reihe kann dagegen ruhig ein Fremdlüfter sein. Soweit ich weiß, wird auch ein PST-Kabel angeboten, womit man Fremdlüfter auch per PST anschließen kann, wenn man mag. So muss man nicht unbedingt auf Arctic-Lüfter setzen. Ebenso muss einem bewusst sein, dass man am Ende der Reihe keinen Fremdlüfter anschließen sollte, der von sich aus sehr viel Strom zieht. Ich gehe mal davon aus, dass über die Anschlüsse immer so ca. 1 Ampere ausgegeben wird, also die Mainboard-Anschlüsse. Das wird natürlich aufgeteilt, weswegen Power-Lüfter anderer Hersteller eventuell gar nicht erst anlaufen. Im schlimmsten Fall keiner in der Reihe. Daher solltet ihr euch vor dem Einsatz von PST über die Spannungsaufnahme eurer vorhandenen Lüfter informieren, wenn ihr diese dranhängen wollt. Weniger geeignet ist das System für Power-User, die gerne manuelle Kontrolle über jeden einzelnen Lüfter haben und möglicherweise auch eine Mehrkanallüftersteuerung. Mittlerweile habe ich den CPU-Lüfter übrigens alleine am CPU-Lüfteranschluss stecken, während die vier Gehäuse-Lüfter per PST an einem 4-Pin-Gehäuse-Lüfteranschluss laufen. So kann ich den CPU-Lüfter noch unabhängig von den Gehäuse-Lüftern im BIOS mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Temperaturen steuern. Ihr seht also, man kann da ordentlich variieren. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Lüfteranschlüsse ihr auf dem Mainboard habt. Soweit bedanke ich mich aber schon mal fürs Zusehen. Wenn zu irgendeinem der Punkte Fragen aufkommen, dann zögert nicht, diese zu stellen. Außerdem an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Arctic für das Bereitstellen der Technik und der Komponenten, um euch das mal hier zu zeigen und natürlich um es selber vorher mal auszuprobieren. Und auch hier will ich nochmal deutlich erwähnen, dass dieses Video dadurch quasi gesponsert ist. Ich habe meine persönliche Meinung natürlich trotzdem ein wenig einfließen lassen, um euch eine Entscheidungshilfe zu geben, aber im Grunde ging es nur um die Vorstellung von PST. Ansonsten auch danke für eure Bewertung, wie immer natürlich und wir hören uns, wenn ihr mögt, im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!